Ein wichtiges Bauteil für den Ölkreislauf im Motor ist die Ölpumpe. Sie erzeugt den entsprechenden Öldruck. Derher sollte die Funktionsfähigkeit bei jeder Überholung geprüft werden. Zwei Zahnräder greifen ineinander und erzeugen so den entsprechenden Öldruck. Diese Zahnräder müssen erst auf erhöhte Abnutzungsspuren untersucht werden. Dabei sollte man sich aber nicht auf die Sichtprüfung verlassen, sondern auch messen. Mit einer Fühlerlehre wird das vorhandene Spiel zwischen den Zahnrädern gemessen. Diese sollten ein im Werkstatthandbuch vorgegebenes Spiel nicht überschreiten. Würde die Fühlerlehre nicht mehr greifen, wäre das Spiel zu groß und die Zahnräder müssten ausgetauscht werden. Als nächstes wird das Spiel innerhalb des Gehäuses gemessen. Dazu misst man ein vorgegebenes Maß vom Rand des Gehäuses aus. Es darf das axiale Maß nicht groß abweichen. Aber auch das axiale Maß der Antriebswelle muss gemessen werden. Dazu wird zum einen das Maß in eine Richtung als auch das Maß in die andere Richtung gemessen. Die Differenz ergibt das Axialspiel. Auch dies darf die Vorgaben im Werkstatthandbuch nicht überschreiten. Zuletzt wird noch die Feder des Ölüberdruckventils gemessen. Diese Feder darf nicht zu sehr ausgeleiert sein, da sonst die Funktion des Überdruckventils nicht mehr gewährleistet ist, da die Spannung der Feder den Öldruck beeinflusst. Ist sie ausgeleiert, entsteht ein zu geringer Öldruck. Innerhalb des Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.